Herzlich Willkommen bei Season 2 mit Party Lavi als Gast und Ludgast hat noch seinen ganz tollen Stimmverzerrer drin. Ja, jetzt fangen wir an, komm, das muss ernst laufen. Nein, das müssen wir nicht laufen. Das ist ein richtiger Bob, Alter. So ein richtiger Junge. Ja, ich bin mitten in der Pampa. Was ist denn jetzt, wie er in die Luft gejagt? Ein Creeper war das. Achso, ja, sorry. Kann ich mal zu euch sporten, weil ich bin hier... Ah ja, sehr schön. Da, ja, hier, ich bin hier auch wieder mit dem Start, wie bei MW3, äh, MW3 soll ich schon MW2 freuen. Beleidigen wir uns mal bitte nicht. Ich meine, als ob wir mit uns spielen würden. Äh, warte mal, wir müssen dir mal schnell Build machen. Paul, haben wir noch Wolle? Äh, muss gucken. Ich glaube auch nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben keine Wolle mehr. Ich hab da gerade einen. Ja, dann können wir halt die Nacht nicht schlafen. Wir wollten aber eh NETA, ich hab das Portal, ist fertig Junge. Ist fertig. Wie hast du das fertiggestellt? Ich hab' ich gestern noch fertig gemacht. Ich hab' ich nur verarscht, hätte keinen Bock mehr auf Minecraft. Ja, klar. Na los, äh, Pati, du musst zu diesem komischen Minendingen kommen. Äh, ich... Kann ich auch mit? Ja, natürlich. Ich hol' gerade ein bisschen Holz. Ah, ja, warte mal, äh, erstmal müssen wir eh noch, äh, zu essen mitnehmen. Ja, ich hab' mein Holz geklaut, du Arschloch. Pfff. Ey, ne, das seh' ich jetzt nicht ein, das wirst du sterben. Warte mal, Pati, ich mach' erstmal mal ne Rüstung. Oder, Pati, mach' du ihm ne Rüstung? Nee, die können wir ihm auch cheaten. Lass' ihm den mal cheaten. Lass' ihm den mal cheaten, okay. Den mal cheaten. Das können wir ruhig cheaten. Leil, leil, also was Cheater. Hey, sag' ich auch immer, ne? Hey, Junge, du gehst uns Geld. Ja, ich kost' halt ein bisschen was, ne? Ja, wie viel? So, ich stell' Patilabi erstmal ein Bett auf. So, doll. Oh, ich krieg' mein eigenes Bettchen, sonst musste ich immer in Heuhaufen schlafen. Warte. Ich weiß, wo er schläft. Du schläfst hier. Ich weiß, wo der Kühlschrank kühlst. Ich weiß, wo du schläfst. Ey, komm doch mal her, Junge, wo bist du denn? Ey, ich mach' ja grad was. Ich mach' hier eure Holzwand. Ja, wo bist du denn? Ja, da drüben, in euren Erntehaus. Was ist denn eigentlich? Ist der bei euch auch abgehackt? Hey. Hey. Ich baue hier grad. Das ist nämlich nicht korrekt von euch. Hey. So, warte mal, jetzt, lol. Ich hab' nur drei Herzchen. Ich hab' nur drei Herzchen. Drei. Warte, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich schlag' euch an. Ja, halt mal auf, ihn zu hauen. Ist das ein Creeper? Wow. Hey, Apfel. Patilabi, jetzt bleibt wirklich ganz kurz stehen. So. Das ist ein Zaun, wir haben einen Zaun umgebaut. Ne, kein Helm, sonst sieht man meine schöne Tüte nicht mehr. Ach, scheiß auf die Tüte. Schöne Tüte, Alter. Ja. Schöne Tüte. Du musst die immer noch halten. Ich will auch. So. Ach, das ist das Herz allerliebst von dir. Dankeschön. So. Warte, ich hab' deinen komischen Helm aufgesammelt. Ja, so soll es noch sein. Und Paul. Jungs. Kommt es bald? Ja, toll. So, bitches. I'm back in the hood. In the hood. Warte, deine Mutters zurück? Ja, man. Oh, Leute, ich bin noch im Game-Mode. Fällt mir gerade auf. Boah. Cheetah. 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 Cheetah an die Wand. Wir haben euch längst gebannt. Mombear. Yes, sir. Hey. 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 Hey, das ist ein Pig. What do you want? What do you want? I'm nothing want. Ach, Schnurz. Hey, Apple. Hey. Hey, Apple. Hey, Apple. Hey. Kannst du das hier? Hey, my name is Paul. Hattie. Was machst du denn? Magst du mein Haut angucken? Wir gehen jetzt in die Nähte. Deine Haut? Deine Haut. Dann müssen wir mal ein Stück laufen. Ich renne hier gerade weg von dir, weißt du. Wo bist du denn überhaupt? Ich hole gerade ein bisschen Holz. Ja, ich bin hier gerade am Holz packen, auf einmal schlage ich jemanden. So. Oh wow. Hey, wo seid ihr denn? Hey, wo seid ihr denn? Ich will nicht da rein. Das ist voll lila. Okay, ich geh einfach rein. Lila ist das neue Schwarz. Okay, na dann. Wir müssen noch tiefer. Achieve and get. Hey, leg dich mal rein, Party. Wo ist denn das scheiß Portal? Ich bin schon drin, ey. Party, leg dich mal rein ins Bett. Hey, warte, Leo soll sich reinlegen. Ja, wo ist denn das? Leo stirbt, der unsere Sachen aufnehmen kann. Gute Nacht. Mal nicht. Loll. Loll. Warte mal. Loll. Ich brenne. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich grab mich jetzt irgendwo in ein Loch rein und dann warte ich, bis die Folge vorbei ist. Ihr seid so arschlich. Loll. Das Portal ist deswegen aus. Na super, jetzt seid ihr. Jetzt verreckt ihr. Ha! Und ich nicht. Warte mal. Bleib mal drinne. Ich portet Party-Labi nur eben schnell. Nein! Ach toll. Ach, da seid ihr. Kannst mal auf mich zu schlagen? Nein. Nein. Leut. Wieso brenne ich den hier jetzt schon wieder, alter? Hä? Hä? Lol. Wo sind wir? Ach, da. Ich dachte, Michael, wo sind wir grad? Hey, wo sind wir? Kann ich mal bitte hier auch mal rein? Keine Ahnung. Ach so. Mach doch. Mach doch. Ach, jetzt check ich's erst. Meine Sachen sind übrigensens weg, ne? Nur so. Ja, natürlich. Na toll, ja. Na toll. Ich bin auch nur hier der Gast, ey. Ach, Schnauze. Warte, warte. Janis, bist du? Okay, na dann, dann baue ich mal ein eigenes Haus. Seid ihr hier eigentlich irgendwo, oder? Eigentlich könnte jetzt nicht doch ein eigenes Haus. Ja eben, wollt ihr auch grad sagen. Ich baue nämlich die schönsten Häuser, weißt du? Finde ich, oder? Ne, ich finde dein Netzplay. Das ist echt so, ich baue nämlich so richtig krasse Häuser, sonst baue ich für euch ein modernes Haus. Ich gucke mir auch alle deine... Bist du jetzt eigentlich im Nähter? Ich! Ach du! Sonst ist keiner im Nähter. Oh, da drüben ist der Haus. Doch, Paul ist mit mir im Nähter. Nein, Paul ist auch nicht hier. Gleich mal griefen. Sind alle drei draußen. Oh, leise die Bobs. Ihr seid voll langweilig. Kommt einer in den Nähter. Hab ich grad sovielich ne Pfeile im Arsch stecken? Ja, sieht sehr sexy aus. Warum laufe ich zu meinem Haus? Was wollt ihr da? Griefen. Hab ich doch schon gesagt. Nein! Guck mal, das ist meine Einsiedlerhütte. Weil die haben mich ausgeschlossen aus der Gruppe. Ja, du würdest sogar Bear Grylls sagen, dass das kacke ist. Die haben aber gesagt... Der wohnt im Freien. Ey, guck dir mal den schönen Ausblick an den Leo hier. Ja, einer von den Goldbarren. Ja, okay. Ey. Bissin kritisch, ja. Bissin kritisch. Nur weil du Gast bist hier musst du ja gar nicht alle draußen nehmen. Ich muss hier erstmal die Lage hier integrieren. Ich hab ein Schwert und du nicht. Ja, also. No, und ich hab ne Tüte und du nicht. Ich will auch nicht so jumpen, weil du Hunger verlierst. Oh, egal. Leo, dafür hab ich dieses Chicken, yeah! Das zu essen Schnorren gibt's nicht hier bei uns. Ach so, Schnorren gibt's nicht. Oh, hab nix gebracht. Oh, das machst du mein Haus. Nur stich, guckst du mir an? Du guckst es dir an? Ey, mach den Ad-Bild weg. Ich hab mir nicht... So, ich hab meine Sachen am Meter verloren. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich halt. Tschüss. Oh man, dann mach ich mir alles selber hier. Nee, da helfe ich mir lieber selber hier. Paul, du seht ja, dass du nicht weg gehst. Oh. Yeah, jetzt kann ich mich alle bannen. Toll. Toll. Nee, mei doch nicht. Nicht während der Aufnahme. Paul, du kannst doch gerne reinkommen, wenn du willst. Nee, 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 nee. Okay, tschüss. Nee, ohne Witz, soll ich mir jetzt, äh, wirklich ein eigenes Haus bauen? Oder soll ich mich bei euch irgendwie einmisten? Du kannst auch bei mir ein zweites Stockwerk bauen, wie du willst. Äh, Paul Womberg? Paul Womberg? Paul Womberg, 2. Stockwerk. Wann wir dann in Nieder gehen? Also okay, ich muss das mal gleich mal entscheiden, was du willst. Ey, was du machen willst. Na, würde ich sagen, da bauen ein eigenes Haus. Oder ein zweites Stockwerk. Nein, ich brauche ein zweites Haus. Oder ein zweites Stockwerk. Und Paul, was machst du denn mit den Feldern? Ey, was soll denn das? Ich bin Gärtner. Hobby-Gärtner. 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 Hallo, hör doch mal auf jetzt hier, Paul, Mann. Ja, ich geh auch. Macht alles kaputt. Hallo, hör doch mal. Hallo, was soll denn das jetzt, äh? Ich hab dir überhaupt nichts getan. Ihr nehmt das auch nicht ernst, oder? Ja. Ey, Mann, es gibt doch mal meinen Zaun wieder her. Mann. Was macht Pi hier? Ja, na sicher, jetzt macht er hier Feuer, oder was? Loil. Loil. Schön mit's warmes Feuerchen. Mann, Alter. Das war fies. Ne, das sähe ich nicht ein. Aber echt, ey. Mann, was soll denn das? Ja, das ist bestimmt voll Mühe gegeben. Ja. Ich komm gleich wieder auf Scheiße. Mann, jetzt brenne ich auch noch. Guck mal, wie das brennt. Ja, was seid ihr denn für Spastis? Ey, ich hab nichts gemacht. Ich war voll neutral hier. Ja, ich war voll neutral. Ja, ich war voll, Alter. Ich geb's zu. Oh, wenn dein Haus ist, brennt... Die ganze Bude brennt, Alter. Von dir meine Sachen verbrennen auch noch schön, wa? Oh, ja. Ja, natürlich ist ein Truhen, Idiot. Ach, verbrennen Truhne auch? Wusste ich doch nicht. Das Feuer, du musst Lösch... Du musst Lösch... Du musst Löscharbeiten leisten. Ja, du musst Löscharbeiten leisten. Ich doch. Warzenarbeit muss ich leisten hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt schüttelt da was aus. Dass mich eine Chance dagegen hätte, Alter. Ey, ihr seid voll asozial. es ist so schön sind hallo könntest du jetzt mal aufhören ich mach doch gar nichts natürlich hör das was du abbaust ich hab einen Block abgebaut den ich besetzt habe trotzdem abbauen ist abbauen warte labi wo bist du eigentlich? hier drüben auf so einer einsamen Insel Alter was ist denn jetzt schon wieder ausgesetzter Pixel? dreh dich mal um